Willkommen zu dem neuen Videoseminar. Hier ist Dr. Hoffmann. Abonnieren und Like geben. Starten wir direkt mal los. Die Kunst, der Künstler, das Kunstwerk, der Bildhauer, die Büste, die Reiterstau, die Statue, die Skulptur, der Marmor, der Schriftstelle, der Verlag, das Drehbuch, der Regisseur, die Rolle, der Schnitt, der Stummfilm, der Untertitel, das Aquarell, die Aquarellfarbe, die Temperafarbe, die Fälschung, die Leinwand, das Leitmotiv, malen, zeichnen, der Maler, das Gemülde, die Ölmalerei, das Stillleben, die Palette, der Pinsel, der Rahmen, der Schatten, das Schattenspiel, die Spachtel, der Hintergrund, der Vordergrund, die Ausstellung, der Sänger, Vertonen, das Akkordeon, das Spanio, das Banjo, die Blasmusik, die Flöte, die Geige, der Bogen, die Gitarre, die Harfe, die Klarinette, der Dudelsack, die Posaune, das Schlagzeug, die Trommel, der Trommelschläger, die Orgel, die Trompete, das Waldhorn, das Zimbal, die E-Musik, die Ärzte-Musik, die U-Musik, die Unterhaltungsmusik, die Klassische Musik, die Volksmusik, der Komponist, die Oper, die Polka, der Walze, der Chor, das Lied, das Weihnachtslied, das Wiegenlied, der Schlager, die Stimme, der Takt, der Taktstock, der Dirigent, der Akkord, die Note, der Notenschlüssel, die Tonleiter, das Abonnement, der Akt, das Ballet, die Besetzung, die Bühne, die Szene, der Beifall, Beifallklatschen, die Eintrittskarte, die Garderobe, die Handpuppe, das Fastnachtsspiel, die Hauptrolle, der Held, das Parkett, das Schauspiel, die Vorstellung, der Souffleur-Kasten, die Komödie, die Tragödie, die Uraufführung, sich verbeugen, der Vorhang, das Vorspiel, der Vorverkauf, der Zuschauer, der Zuschauerraum, der Zuhörer. Zum Schluss ist noch zu sagen, abonnieren und like geben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.